Schnauze, du blödes Ding! So, fresse dick hier. So, ansonsten sind die Handys eigentlich relativ nett und unkompliziert. Sehe ich da hinten was? Was ist denn das? Ah, es ist blau. Wäre schön, wenn es rot wäre und nicht blau. Okay. Ah, Whetstone! Whetstone! Deswegen sind wir hier, deswegen sind wir hier. Achso, ja, warum ich eigentlich immer diesen Rückzug antrete? Das ist ganz einfach, weil der ausgeleuchtet ist. Und Monster möge meines Wissens nach das Licht nicht unbedingt. Die kommt zwar irgendwann nach, aber wenn man sich so ein bisschen zurückzieht, dann sollte das einigermaßen klappen. Sollte der unten kurz ausleuchten. Ja, so klinge ich auch immer frühmorgens. Aber am Montag, wenn man zur Arbeit muss. Das ist Kohle, oder? Alter, ich finde dieses schwarze Granit. Also, es sieht zwar schon stylisch aus, aber alter, das ist in Höhlen. Boah, gruselig. Das ist schon nice gemacht. Sehr nice gemacht. So. Hier ist noch ein wenig zu dunkel. Da machen wir auch nochmal ein bisschen Licht. Dann nehme ich das hier auch noch mit. So. Alles mitnehmen. Geh mal hier weg. Stehst du mir im Weg? Ey, erkennt man kaum die schwarzen Genubbels da für Kohle. So. Da hinten hat sich alles mehr oder weniger beruhigt. Dann kann ich mich dem Redstone widmen. denn deswegen sind wir ja mehr oder weniger hauptsächlich hier unten. Gitarren. Dwääh. Ähh. Höre euch. So. Lapislazuli. Gedächtere auch noch von damals? Und das gedächtere auch noch von damals? Dann grebe ich sie irgendwo hin und finde die nächste Höhle. Ok. Wasser. Das Eisen hier nehme ich noch mit. so die kohle die brauche ich jetzt nicht unbedingt so ich greife mir mal den redstone da unten oder ist auch noch kohle brauche ich nicht ist dahinter eigentlich nicht glaube dass kein diamant sollte mich wundern wenn das ein diamant wäre bei meinem glück ist das irgendwas anderes weiß auch gar nicht wie die aussehen so einmal hoch und wir sind schon wieder voll dann machen wir hier rüber der bogen glaube wir hätten auch genug level um den bogen zu reparieren würde ich auch definitiv machen so dass sie ist jetzt genau deswegen sind wir hier und nur deswegen so mitnehmen das blubbelt da vor sich hin so das eisen schnappe ich mir auch noch die kohle wie gesagt nicht wenn ihr noch mal ganz kurz auslöchten nach so hier verbindet sich das ganze wieder zum mine und ja wir haben den eimer dann machen wir hier hin bin ich umsonst in der eimer doch das diamant krass wir haben diamant gefunden wir haben diamant gefunden wo die jetzt nicht mit gerechnet erste höhlentour und wir kommen hier relativ gut zurecht besser als erwartet sogar so machen wir hier noch eine hin mehr licht hier hinten ganz noch mal ein bisschen licht machen und dann machen wir hier die verbindung ins reich der toten so wenn mal mitkommen du liebes redstone ja wir nehmen das mal mit wenn wir hier schon die verbindung rüber machen so da ist die verbindung da ist noch mehr die ja war 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 klasse jetzt mal die wasserquelle hier finden wo kommt das wasser her wo kommt das wasser her welche man gleich stopfen und hier so mal das loch gestopft kann sein dass auf dieser höhe monster sich ihre haar machen war nicht meine absicht war nicht meine absicht und hier ist irgendwo noch so ein loch irgendwo auch erst mal stopfen aber das ist aber hier nicht so einfach denn das ist irgendwo ganz oben ja dann werde ich mich hier durch schwimmen müssen ich hoffe dass das lege ich mache erst das neben okay da ist nix so komm her dir und noch mehr die ja das leben an mir schon vorbeigezogen das geht gar nicht warum sind jetzt aber vorhin schon mal ganz komisch wo ich erst wenn ich erst mal hier das ganze eisenerz abbauen um mich zu beruhigen da war gerade das leben an meinem gesicht vorbeigezogen mir im gesicht näher beim auge naja genau deswegen ja ein bisschen zu den shit und dann kann ich den hier mitnehmen gott wo bin ich hier bin ich denn hier zum teufel ich glaube ich erst mal hierzu denn hier noch mal das ganze ok wir haben keine fackels mehr wir sind das absolut ist granit wir haben keine fackels mehr dann das nicht lange fackeln wir machen neue fackeln so schnups alles meins alles hinein das ist hier gold dass er immer die fackel wegspült eisen doch gold richtig gesehen habe ich geschmolzenes eis mit genau ich glaube nicht ich glaube nicht und das ist schlecht na komm her gibt mir das lapis das ist dämliche wasser das stört hier voll so noch mehr redstone nehme ich alles mit über gebrauchen später so der eimer hat wieder sein auftritt der eimer mein bester freund hier unten okay wir sind schon wieder voll warum bin ich schon wieder voll die dia sind erstmal da rein iridot da rein ja schwarzer granit ein bisschen ausmisten hier schienen brauche ich auch nicht weg 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 redstone 64 ich müsste ich mir jetzt hier unten warte im fall des falles noch einer ob nur her wenn er wollt zeigt euch hier werde king wer hier der könig ist das ist lapis schon wieder neue höhle ich wollte nicht stören ich wollte nicht stören aber ich glaube ich gerade sagen wollte ich versuche es aus eigener kraft herauszufinden das nimmt hier kein ende aber ich glaube ich gerade sagen wollte ich versuche es aus eigener kraft herauszufinden wenn es aber nicht geht dann werde ich mir hier unten einen ofen bauen das eisen dazu einschmelzen und mir eine atlas bauen ich nehme die schiene mit die sind besser bei mir aufgehoben als hier unten und ein bisschen kohle noch ja ein bisschen kohle wir hätten eigentlich mehr als genug aber man kann nie genug haben verbindung verbindung zum anderen tunnel so dass einmal mitgenommen dann mache ich erst mal hier zu mit dem mehr sicherheit entsteht ich bin der sicherheitsinspektor wo die feile und hier das redstone noch mal das kommt mir doch bekannt vor aber da oben ist kein licht wenn dann müsste da licht sein wie gesagt da waren wir vorhin schon mal aber da ist wie gesagt kein licht oh noch mal ein bisschen kohle für die level denn den bogen werde ich definitiv reparieren wir können ja selber schon mal pfeile bauen wir haben hier chickens die ich übrigens auch mal ein bisschen mehr vermehren müsste dann und wir sind so viel hungrig kommen wir hier rein und hier ja mit zehn und hier sind die zehn immer die erst mal ja nicht mit dem schwert sondern hiermit so damit hätten wir das da hinten gab es noch redstone ist muss nur irgendwie mich dahin schwimmen und der kann ich das hier eventuell ja ich kann das kann das siehst du jetzt sind nämlich mal abgeschnitten ich nehme ich selber mit meinem eimer und wasser wenig herumspielen alter wie viel redstone wie viel redstone finde ich normal wie viel redstone hier ist so na dann her damit ich höre etwas weiß noch nicht ob das hier her gehört oder nicht so dann das auch noch alter noch mehr redstone wir kommen wegen einem redstone gegangen mit zehn millionen redstones und und näher daher kommt macht zur sicherheit komplett zu na da drunter ist doch bestimmt lava oder juppe sage ich doch da drunter ist lava ach so hier kann ich hier nicht abbauen verdammt bis jetzt schon eine dia hacke wäre das von vorteil hab ich aber leider nicht ja auch nicht so schlimm weil wir können das zeugs immer wieder machen wir müssen nur irgendwo dann lava auftreiben vielleicht einen zweiten eimer für lava mitnehmen sollen wäre vielleicht nicht so verkehrt gewesen so dann mache ich hier hinten auch noch mal zu noch mal beleuchtung rein und dann ach guck hier ist auch noch mal eisen 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 und wer haben wir denn da schön dass du her gekommen bist ich nicht gesehen ja man die ja die ja die ja ach guck mal du hast deinen freund mitgebracht ich hab das doch gehört wo war jetzt der diamant siehst du das meine ich orientierung wie ein schwein so damit hätte ich jetzt auch ein dia schwert theoretisch ach so das wasser wasser dann mach hier in diese richtung wo ich mich hier durchschwimmen so da war ich schon da war ich schon ja wir begeben uns auf den weg zurück nur die frage ob das auch hinhaut und das nehm ich auch noch mal mit mal zum kochen definitiv darum immer mitnehmen so hier war ende nicht baggen und das bin ich auch noch das ist ein einzelner block das ist ein einzelblock darum komme ich von soo ja so wie zu dem thema darum komme ich von soo ich habe mein backup vernachlässigt ja eine hexe ha 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 die kann nicht zu mir komme ich nicht zu ihr aber wir haben das scheiße noch eine wir haben das gut gelöst wir haben gut gelöst das war sehr gut gelöst wieder inventar voll eine fresse wir haben hier aber auch ein krimskram mitgenommen so dann nehmen wir hier noch mal ein wenig mit ich wollte eigentlich gerade rausgehen meine ich lass mich hier immer ablenken meine es ist nun mal hier man muss es mitnehmen wer weiß wann die nächste höhlentour startet weil ich sag mir ich wollte eigentlich erstmal dann keine höhlentour machen ich wollte nach möglichkeit dann kann ich ja schon mal sagen nach möglichkeit wollte ich dann hier dingens eine landschaftstour machen denn wir wollen noch ein bisschen verschiedene baumsorten sammensorten dies und das sorten also wir wollen ein wenig verschiedeneres sammeln so her mit dem salz und dann wieder nach oben ich glaube das schwert geht mir gleich kaputt kann das sein das kann sein ich muss dann erstmal schon mal ich mache gleich mal als ersatz nur zur sicherheit ach so ja aus gold erz funktioniert das natürlich super aus eisenerz natürlich auch einer komm hier scheiß drauf wir werden das schon schaffen wir werden das schon schaffen so nach oben immer dem weg nach oben folgen das sind die einzige orientierung die ich auch habe ja so da habe ich hier die orientierung dann kamen wir glaube ich von hier hinten nicht geht wir kamen von da gut machst du denn hier immer noch komm hier mit so nach unten definitiv nicht nach oben ja genau von da oben kamen wir ups hoch mit dir und weiter nach oben dann war hier der abgrund des todes wissen die ich habe es gewusst ich habe es gewusst er war hinter mir äh ja das hätte auch stark in das auge gehen können das wäre richtig fies gewesen so gegen ende nochmal zu stürmen das wäre hart hart fies so da ist hier unsere treppe nach oben ja wir kommen raus wir kommen raus wir kommen raus ich habe doch minimal zur orientierung das liegt aber auch darin weil wir noch gar nicht haben wir noch gar nicht so weit gekommen waren so viel zum thema minimal zur orientierung ich glaube hier weiter hoch genau und dann hier nochmal ein wenig hoch am